Harten Scheißplan! Weg mit Spahn! Harten Scheißplan! Weg mit Spahn! Harten Scheißplan! Weg mit Trosten! Ist ein Volk! Weg mit Trosten! Weg mit Trosten! Ich muss mal sagen, irgendwas ist verdreht, wenn in der U-Bahn steht, in diesem großen Anzeiger, dass der Lauterbach einer mit der sexiesten Männer auf der Welt ist. Das erinnert mich genau mit dem... Ich will jetzt vergleichlich machen, aber da gab es mal jemand vor 75 Jahren und der hat auch immer irgendwie so da gestanden. Und ich habe nicht verstanden, dass der Mann als sexiest Mann ausgehoben wird. Genauso wie Karl Lauterbach! Ich warte mal die Frauen in die Wunde! Findet ihr diesen Mann sexy? Ich find ihn so! Echt nicht! Hey, danke! Danke, Frieden! Peace! Frieden! Freiheit! Keine Diktatur! 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 Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! 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 Freiheit, 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 Freiheit Untertitelung des ZDF, 2020